So. Okay, kann mir irgendeiner verraten, warum ich diese bescheuerte Idee hatte, noch unbedingt diesen Bonus-Level machen zu müssen? Ähm. Alter, warum wollte ich den Bonus-Level nochmal machen unbedingt? Okay, weg. Ähm. Da fliegen Haie. Äh. Äh. Nein! Boah. Da gibt's nicht mal einen Checkpoint in der Nähe. Das ist ja fies. So. Wieso schießen die ja heil? Das ist irgendwie verstörend. Ähm, ja. Oh. Ich dachte, der blockiert mich da ein bisschen. Offenbar aber nicht. Oh Gott, Gott sei Dank. Ich bin ja mal gespannt. Oh, er hat mich, glaube ich, noch gestreift mit einem Windhauch. Okay, das ist mies. Wenn die, wenn die synchron laufen, dann so, das ist, ist das echt mies. Oh, das ist mies. Oh, das ist mies, wenn die so synchron laufen. Das machen sie jetzt permanent, oder wie? Natürlich. Wieso laufen die jetzt, wieso müssen die jetzt synchron laufen? Oh. Äh, was? Links von den Messern sind Dosen. Ach, da. Danke. Okay. So. Mal schauen, ob ich so durchkomme. So. Also man muss sagen, er hat schon kräftige Arme. Das muss man schon fairerweise dazu sagen. Haben wir einen Checkpoint irgendwo? Nö, ne? Nö. Na toll. Ich hätte mich hinter dem Ding verstecken sollen. Das wäre cleverer gewesen. Oh. Das ist doch nicht wahr. Gott sei Dank. Geh mir aus dem Weg. Blöder Fisch. Geh weg. Glück gehabt. Er hat mich fast zerwischt, glaube ich. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh. Da war das Messer. Verdammt. Natürlich. Natürlich ist da ein Abgrund. Das habe ich nicht gesehen. Beziehungsweise gesehen schon, aber zu spät. Warum wollte ich nochmal den Bonus-Level unbedingt spielen? Ich habe es doch schon durchgespielt. Warum gebe ich mir das Ganze gerade? Oh. Oh, das ist so mies einfach. Oh, das ist so mies. Naja. Geht das so? Ach, das... Oh, geht doch. Verdammt. Ich dachte, das geht. Warum? Warum springt der nicht? Warum ist er jetzt nicht gesprungen? Alter. Alter. Toll. Na, Glückwunsch. Äh. So. So. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich da durchkomme jetzt. Ich hätte gerne einen Checkpoint. Ich hätte gerne einen Checkpoint, aber ich glaube, das gibt es hier nicht, oder? Oh, nee. Oh. Oh, Alter. Ähm. Oh, Mist. Alter, hier gibt es kein Checkpoint. Ich muss das einmal komplett durchspielen. Oh, Alter, ist das bescheuert. Ähm. Was? Ähm. Oh, Mist. Kann es sich nur noch um Stunden handeln. So. Okay. Ja. Okay. Ist klar. Ja. Ja. Ach, Mist. Das Messer ist ja so groß. Verdammt. Da habe ich echt nicht dankbar, dass das Messer so groß ist. Äh. Natürlich ist er jetzt mal festgehangen. Toll. Es ist so frustrierend einfach. Es ist so frustrierend. Es ist echt unfassbar. Vor allem der Levy ist echt nicht groß, aber, ähm. Ja. Ja. Das reicht wieder. Geht das? Was? Alter. Das ist doch nicht wahr. Einfach dieses... Oh, ist das beschissen einfach. Natürlich. Äh. Ich mag nicht mehr. Ich tue es gleich so, als hätte ich... Wir haben das Ziel ja gesehen. Ich tue es gleich so, als hätte ich den Level durchgespielt. Ich mag nicht mehr. Das ist echt... Nein. Alter, es ist doch nicht wahr. Natürlich hat er mich noch erwischt. Natürlich. Natürlich. Äh. Ich tue es mal jetzt geklappt. So. So. Wieso? Oh, das war Glück, glaube ich. Das war echt Glück, dass ich da noch drüber gekommen bin. Ähm. Natürlich. Da nämlich noch erwischt der Fisch. Oh. Oh. Natürlich. So. Ich probiere es einfach so nochmal. Das hat ja vorhin auch geklappt. Relativ zumindest. Relativ gut, meine ich. Ja, natürlich. Ja. Weg. Es ist unfassbar. Ich... Es ist... Natürlich. So. Okay. Mit einem Arm kann ich leben. Alter, es ist doch nicht wahr. Diese beschissene Kanone einfach. Das ist doch echt nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Jetzt ist doch... Das ist doch ein Witz. Weil was die für einen Winkel hat. Na, natürlich. Boah. Alter, ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Das geht mir jetzt echt auf den Keks. Das ist doch echt... Oh. So. Vielleicht schaffen wir es ja noch. So. Wie. Das ist doch... Das tolle ist... Ich konnte links... Ich konnte nicht mit, weil der blöde Fisch lag. Weil den Fisch darf ich ja nicht mehr berühren. Dann, wenn er da einfach still liegt. Das ist ja praktisch... Als, äh, wie als würdet ihr mich mit 200 Stundenkilometer treffen. So, okay, haben wir's geschafft. Ja, ja, ja. Geh weg. Nein! Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Achso. Ähm... Oh Gott. Nein, nein, oh komm, leck mich ab. Oh, es ist doch nicht wahr. Oh, es ist doch nicht wahr. So kurz davor, so kurz davor. Da wollte ich jetzt einfach auf Nummer sicher spielen. So, da wollte ich einfach auf Nummer sicher spielen und dann hat's mich erwischt. Toll. Toll. Nein! Oh, Mist. Oh, ist doch nicht wahr. Oh, der Level geht mir echt auf den Sack gerade. Oh, das geht mir echt gerade echt auf den Sack. Das ist doch echt... Wir spielen das Spiel zu 100% durch. Nur den einen Level machen wir noch. Mhm. Haben alle Bonus-Level gemacht. Mhm. Boah, ich... Ich will nicht mehr. Das ist gerade echt frustrierend. Oh, Alter, es ist doch nicht wahr. Es geht mir echt auf den Sack gerade. Echt ohne Mist. Das geht mir echt auf den Keks. Oh, Gott sei Dank. So. Natürlich. Von hinten noch vom Fisch erschlagen. So. Okay, jetzt sind sie parallel. Toll, jetzt ist es noch schwerer als vorher. Nein! Oh, Mist. Ich denke mir nicht dran, dass das scheiß Messer bis da hinten hinkommt. Ich hab da echt nicht dran gedacht, dass das Messer bis ganz nach hinten kommt. Nein! Nein! Mit einem Bein ist das halt bescheuert, weil du bist einfach zu langsam dafür. Mit einem Bein bist du eigentlich viel zu langsam. Oh Gott sei Dank. So. Ich bin ja gespannt, ob wir das jetzt hier schaffen. Ich glaube mit einem Bein ist es echt schwer. Wenn nicht sogar unmöglich. Kann ich den hier zu ver... Ne, ich kann nicht regainen. Dann machen wir es einfach mal nur mit Händen, mal gucken. Boah, ich mag nicht mehr. Ich habe jetzt nicht keine Lust mehr. Das geht mir echt auf den Keks gerade. Ja okay, das kann ich halt sowas von... Das kann ich halt vergessen ohne Kopf... Ach komm jetzt nicht. Das kann jetzt nicht wahr sein. Zweimal kurz vorm Ziel gewesen und dann immer kurz davor bin ich... Bin ich verreckt. Das ist doch nicht normal. Natürlich, weil ein Bein fiel, kann er nicht mehr so weit springen dann. Habe ich aber zu spät gesehen. Ich mache jetzt gleich aus. Ich habe die Schnauze voll. Also, irgendwann reicht's. Das ist echt unfassbar. Oh Gott sei Dank. Nein! Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Nein! Natürlich erwischt ich diese beschissene Fisch noch. Alter, das ist doch echt nicht wahr. Oh, was... Ist denn das für ein beschissener Level? Alter, ich... Das ist... Das ist echt nicht wahr. Es ist so beschissen einfach. Ich... Alter, dieser Level, ne? Der macht mich echt aggressiv. Ich brauche für den Level länger als fürs ganze Spiel. Ey. Oh Gott sei Dank. So, jetzt wird's spannend. Das ist irgendwie arschig hier. Weil das Problem ist, dass ich doch bloß ein Bein hab, kann ich nicht so weit springen, glaube ich. Oh... Oh, leck mich doch am Arsch. Das kann doch nicht wahr sein, nicht? Alter, das ist doch nicht wahr. Das ist doch... Ey, ohne Mist, dieser Level ist so beschissen. Natürlich. Schieß doch noch mehr beschissenen Fischen auf mich. Was? Ja, na klar, natürlich. Ja, bleib doch da hängen dann einfach. Blödes Misting, Blödes. Boah, ist doch nicht wahr. Ist doch echt nicht wahr. Alter, dieser Level, ne? Der kostet mich so an. Was? Was, was, was? Wenn ich mir jetzt zurück vom ersten Ragequid... Ich bin kurz davor. Ich bin kurz davor. Ich hasse diesen Level. Das ist so ein beschissener Level einfach. Alter, leck mich doch jetzt echt. Ich... Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Das ist unfassbar. Ja, toll. Ohne Arme und Beine und nichts mehr kann man nichts mehr machen. Das ist echt... Alter, das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt... Nach dem Spiel, nach dem Spiel bist du reif für die Klapse. Bist du echt reif für die Klapse nach dem Spiel. Toll, da kann ich jetzt nicht mehr hin, weil das ist jetzt diese beschissene Hai. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt kommt der beschissenste Part. Nein! Nein! Och, komm, leck mich doch echt. Das kann doch echt nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Oh. Da fällt mir echt nichts mehr ein zu. Da fällt mir ohne Mist, da fällt mir nicht... Oh, da fällt mir echt nichts mehr ein. Das ist echt... Das ist... Ja, komm, treff mich noch mehr. Komm, gib mir noch einen. Hau mir noch einen Fisch in die Fresse. Alter. Alter, ich... Ich will nicht mehr echt... Das ist echt so ein Kotzen einfach, diese Stelle. Okay. Alter, ich will nicht mehr so ein Kotzen einfach, diese Stelle. Ich will nicht mehr so ein Kotzen einfach, diese Stelle. Ist es doch nicht wahr, dann springt er nicht, der Penner. Dann springt er einfach nicht. Das ist doch echt... Oh. Das ist echt unfassbar. Alter, ich... Alter, da kannst du echt... Da kannst du echt auch Dark Souls spielen danach, weil danach bist du echt... Das spürst du, da kannst du auch Dark Souls spielen und dann hast du... Dann spielst du das mit einer... Mit einer Gelassenheit. Das ist unfassbar. So, Gott sei Dank, Alter. Respekt fürs Durchhaltevermögen. Ja. Hallo. 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 Was war das denn jetzt? Alter. Vielleicht soll ich mal die Strategie ändern. Vielleicht soll ich es einfach so rumspielen. Nein, es gibt es noch nie. Dann fehlt ihm ein beschissener Millimeter. Dann fehlt ihm ein beschissener Millimeter. Oh Gott, ich... Kotze gleich im Strahl, echt. Das ist echt unfassbar. Was ist das da oben? Guck mal, da oben. Da hängt der Fisch. Selbst den Fischen ist das zu doof mittlerweile, die Stände hier. Natürlich. Es ist gar kein Problem. Oh, Alter. Alter, ich... Kotze im Strahl, echt. Diese beschissene Stelle einfach. Diese beschissene Level. Alter, ich... Nein! Toll, jetzt wieder bloß ein Füßlein. Toll. Jetzt wird es halt noch viel, viel schwerer. Oh, leg mich doch am Arsch, echt. Alter. Das ist echt unfassbar. Das ist echt unfassbar. Ich... Mir fehlen gerade die Worte einfach. Ich kann echt nicht mehr viel sagen gerade, weil das ist echt unfassbar. Nein! Hallo. Ich glaube, die Spielzeit von Ben und Ed wird gerade verdoppelt, weil ich brauche für das... Ich brauche für diesen einen Level hier, brauche ich länger als für das ganze Spiel. Also entweder stelle ich mich nur einfach selten dämlich an oder der Level ist echt schwer. Ich bin mir gerade echt unschlüssig. Es ist doch nicht wahr, einfach. Es ist doch echt nicht wahr. Oh, Alter. Ich... Ich kotze echt im Strahl. Ich kotze im Strahl. Ich kotze im Strahl. Es ist echt... Ich mag nicht mehr. Alter, jetzt leg mich doch am Arsch. Oh, leck mich doch jetzt fett, echt. Bin ich froh, wenn ich das spiele, wenn ich diesen Level durch habe. Wenn ich diesen Level ohne Mist, wenn ich den durch habe, dann mache ich... Dann brauche ich eine Pause. Dann gibt es dann... Das war es auf jeden Fall heute mit dem Stream. Ich werde kein weiteres Spiel mehr spielen. Außer vielleicht noch Barbie's Dreamhouse Party oder sowas. Ja, das ist doch nicht wahr. Ich kotze, es ruckelt, glaube ich gerade, das Spiel. Könnte das sein? Hallo. Ich glaube, das Spiel ruckelt langsam. Ich glaube, das Spiel... Es ist echt unfassbar. Natürlich, natürlich. Er ist gegen den Fisch gelaufen. Und dann flippt er halt komplett aus, weil er gegen den Fisch gelaufen ist. Der halt da steht. Der halt nichts mehr macht. Der halt keine 200 kmh. Das Spiel sagt, wenn du gegen den Fisch läufst, dann ist das so, als würde der dich mit 800 Stundenkilometern treffen. Das ist gar kein Problem. Ist ja auch vollkommen normal. Ich renne ja auch immer gegen Türen und falle sofort tot um. So, oh, bleibt mir gegen die Tür gelaufen. Oh, ist doch nicht wahr. Oh, das ist doch echt nicht wahr. Ich mag nicht mehr. Alter, das ist doch echt unfassbar. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie vergeht mir gerade so ein bisschen die Lust an diesem Spiel. Ich weiß gar nicht warum. Ich kann mir das echt nicht erklären. Ich flippe hier gleich aus. Ich raste hier gleich aus. Ich bringe hier gleich irgendwas. Ich zünde hier gleich irgendwas an. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Nein, schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Ich habe schon wieder den gleichen beschissenen Fehler gemacht. Ich kann von der Ecke nicht springen. Ich kann von der Ecke nicht springen. Das ist viel zu weit. Ich muss auf das Mittelding. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich an dem Level hängen. Ich glaube eine Stunde. Natürlich, natürlich. Der Fisch hat mich mit der Schwanzflosse gestreift da noch. Oh, leck mich doch am Arsch. Das ist doch echt, das ist doch echt unfassbar. Das ist doch echt unfassbar einfach. Das ist unfassbar. Ich fand nämlich das Gefühl, dass das Spiel ruckelt gerade. Das ist doch echt nicht wahr. Ich habe echt, mir fehlen die Worte. Mir fehlen echt die Worte gerade. Natürlich, natürlich. Ist gar kein Problem. Alles gar kein Problem. Es ist doch unfassbar echt. Na klar. Natürlich, natürlich. Natürlich. So, mal gucken, ob ich es jetzt raffe, dass ich da hinten erst auf das Mittelding gehe und dann von dem Mittelteil aus rüberspringe. Mal schauen, ob ich es jetzt schaffe. Beziehungsweise, ob ich es raffe einfach. Ob ich mal so intelligent bin. Es ist doch nicht wahr. Es ist doch echt nicht wahr. Alter, ich kotze im Strahl echt. Nein. Es ist doch nicht wahr. Ich wenigstens. Ah. Natürlich. Oh, Alter, ich... Ah, mir vergeht die Lust an dem Level, muss ich sagen. Mir vergeht echt die Lust, das ist echt. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist echt unfassbar. Das war's für heute. Ich hab echt... Alter, das ist echt zu kotzen, dieser Level. Das war's für heute. Es sind nur zwei beschissene Messer da hinten. Zwei beschissene Messer. Und ich schaff's nicht, an diesen zwei beschissene Messern vorbeizukommen. Oh Gott sei Dank. Alter, Gott sei Dank. Boah, Gott sei Dank, Alter. 45 Minuten für diesen beschissenen Level. 45 Minuten. Alter, leck mich am Arsch. Boah, Alter, ich... Alter, ich kotze im Strahl einfach, echt. Oh, Gott sei Dank. Ich... Alter, 45 Minuten für diesen beschissenen Level. Oh, ich brauch's, was zu trinken. Oh Gott. Die schlage ich die 45 Minuten. Alter. Machst du, Cooper. Cooper. Ist als Beweis auf meinem YouTube-Kanal. Da ist dieses Ding drauf. Er hat gerade geschrieben im Chat, er macht's in unter 45 Minuten. Unfassbar. Ja, ha. So, dann nochmal eine sehr frustrierende Runde Ben und Ed am Ende. Mit dem Bonus-Level. Aber jetzt haben wir's komplett durchgespielt. Bis auf das da unten, das ignoriere ich jetzt. Ich werde mir nicht alle Dosen alles einsammeln. Ähm. Ich geh jetzt erstmal eine Runde Baldrian beeinflussen. Das ist echt unfassbar. Ja, ähm. Okay. Das war's auf jeden Fall, Ben und Ed dann. Wir haben's komplett durchgespielt. Ich muss sagen, es ist ein extrem frustrierendes Spiel. Es ist extrem nervenaufreibend. Aber es macht auch irgendwie extrem Spaß. Man will's auch irgendwie immer dann durchspielen. Man will auch wirklich dann die Level beenden. Ähm. Also, es ist... Es ist ein Hassspiel. Und ein Lieblingsspiel zugleich. Also, es macht echt Spaß. Ha. Das Ende, ähm. Ja, das Ende ist so ein bisschen... Naja, also... Es hat mich etwas geschockt. Ich bin immer noch perplex von dem Ende einfach. Und, ähm... Ja, aber... Wenn's euch gefällt, spielt's einfach mal selber. Mich würde es echt mal interessieren. Wie das, sag ich mal, auch andere, sag ich mal, das, ähm... Das Feedback geben. Also, von daher... Bin ich gespannt. So, das war's auf jeden Fall, Ben und Ed. Äh, mir hat's viel Spaß gemacht. Auch wenn die letzte... Dreiviertelstunde eigentlich mehr eine Frustrationstherapie war. Und, ähm... Ja, man wird auf jeden Fall viel, viel ruhiger danach. Ich geh jetzt erstmal einen Ball den Janschlucken. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch an das lange Durchhalten dann auf YouTube und hier auf Twitch. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Let's Play wieder. Beziehungsweise vielleicht bei Twitch in einem Livestream, der regelmäßig samstags stattfindet. Ab und an auch sonntags wie heute. Und vielleicht auch mal unter der Woche. Also, ich bin dann mal weg. Also, tschüüüüüss. Und danke fürs Zuschauen.